Das ist uns allen schon passiert. Du willst gerade für dein Mittagessen bezahlen und merkst, dass dein Geldbeutel noch in deinen anderen Hosen zu Hause steckt. Oder du hast deine Schlüssel vergessen. Das Problem ist Organisation. Du brauchst einen einzigen Ort für all deine Sachen. Eine Art magische Tasche. Und wenn du etwas in diese magische Tasche legst, ist der Artikel immer griffbereit, egal welche Hosen du gerade trägst oder wo du bist. Das gleiche gilt für Computer. Wenn du mehrere Computer hast, verlierst du schnell mal den Überblick über die verschiedenen Dateien. Die Lösung dieses Problems ist die Kernidee, die hinter Dropbox steckt. Ein einziger, sicherer Ort für all deine Sachen. Nehmen wir zum Beispiel Frank. Er bereitet sich auf eine große Reise nach Afrika vor. Er hat Info zu seiner Reise auf seinem Laptop, seinem Desktop-Computer und auf seinem Handy. Er möchte alle diese Informationen an einem Ort zusammenfassen und hat keine Lust, sich ständig selbst Dateien per E-Mail zuzuschicken oder sie mithilfe eines USB-Sticks zwischen den Computern hin und her zu kopieren. Dann stieß Frank auf Dropbox, das eine neue Ordnerart auf seinen Computern installiert. Diese Ordner sind immer synchronisiert, selbst zwischen Macs und PCs. Wenn Frank also seine Reiseroute im Dropbox-Ordner auf seinem Laptop ablegt, ist die gleiche Datei auch in der Dropbox auf seinem Desktop-Computer und sogar auf seinem Handy verfügbar. Das gleiche gilt, wenn Frank ein Dokument in einem Dropbox-Ordner speichert. Das Dokument wird in allen Dropbox-Ordnern auf allen seinen Computern aktualisiert. Und das nicht nur auf Franks Computern. Die Dropbox-Website funktioniert ebenfalls genauso wie seine anderen Dropbox-Ordner. Alles, was Frank in seiner Dropbox ablegt, steht auch automatisch über die Dropbox-Website zur Verfügung. Falls also Franks Jeep auf Tauchgang gehen und sein Laptop ruiniert sein sollte, kann er immer noch über die Dropbox-Website auf seine Dateien zugreifen, die dort immer gesichert sind. Franks Safari war übrigens ein voller Erfolg. Sein Laptop hat die Reise überlebt. Anstatt alle neuen Fotos und Videos auf seinem Laptop per E-Mail zu verschicken, hat Frank einfach einen Dropbox-Ordner für seine Mutter freigegeben, damit sie sich die schönsten Fotos zum Einrahmen aussuchen kann. Und weil Dropbox so gut für seine Reise funktioniert hat, speichert Frank jetzt alle seine Dateien in Dropbox, damit er jederzeit und überall darauf zugreifen kann. Ob du die Welt bereist oder einfach nur etwas mehr Organisation in dein Leben bringen möchtest, dank Dropbox verschwendest du weniger Zeit damit, Dateien zu verwalten und zu sichern und kannst dich auf deine nächsten Abenteuer konzentrieren. Du kannst Dropbox jetzt laden unter dropbox.com